Hallo liebe Schachfreunde, in der fünften Runde der Berliner Meisterschaft kam es zu dieser Ausgangsstellung. Wir sehen hier den König auf D1 und die Dame auf E1 in der Mitte, links vom König die beiden Springer und rechts vom König und der Dame die beiden Läufer. Das sollte eigentlich nicht so schwer fallen, eine vernünftige Entwicklung hinzubekommen. Beispielsweise könnte man die Damenstellung auf E1 für einen frühen Damenausfall nach H4 nutzen. Dann müsste man mit F4 beginnen und nach F5 Springer AB3 fortsetzen, Springer AB6 und nun zum Beispiel Dame H4, Springer D6, Läufer D4, Zero-Schade und vielleicht jetzt sogar A4. Mit interessantem Spiel und Perspektiven natürlich für beide Parteien. Mich hat diese Ausgangsstellung zu einem interessanten Gambit gereizt. Ich habe mit E4 begonnen und mein Gegner antwortet E5. F4, so ging es weiter. E schlägt F4, Springer AB3. F6, Springer D3. Und hier hat Schwarz mit G5 den Bauern gedeckt und zu halten versucht. Es ging weiter mit H4, Läufer G7, Springer D4, was Springer F5 andeutet. Und nach Springer E7 kam es zu G3, F schlägt G3, Dame G3. Nun hängt der G-Bauer erneut, also H6. Und nun kam die überraschende Verlagerung des Spielgeschehens auf den Damenflügel mittels Springer B5. Und dieser Zug hat meinen Gegner überrascht und er ist mit den Problemen nicht fertig geworden. Nach A6, Springer C7, Springer schlägt C7, kam Läufer B6, eine unangenehme Fesselung. Und nach Turm C6 und Springer C5 hatte Weiß hier schon eine Gewinnstellung. Denn die Drohung Springer B7 matt ist natürlich nur unter großen Opfern abzuwehren gewesen. Noch eine dritte Variante möchte ich zur Ausgangsstellung zeigen. Bei Springern auf A1 und C1 kann man immer versuchen, den einen Springer nach B3 und den anderen nach C3 zu entwickeln. Hier muss man natürlich darauf achten, dass nicht ein Läufer auf B1 steht, denn der C-Bauer würde den Läufer natürlich verstellen. Zu so einer Springerstellung B3 und C3 passt der Bauernzug E4 am besten. Und nach E5, Springer A, B3, Springer A, B6 könnte man dann tatsächlich Springer E2 fortsetzen. Die Zeroschade ist auch einfach möglich und Weiß wird zu normalem und harmonischem Spiel seiner Figuren kommen. Schauen wir uns nun die Eröffnung der Partie zwischen Ulrich Schwegendick und Carsten Schulz an. Schwegendick begann mit E4 und Schulz antwortete mit H6. Das sieht man gelegentlich im Schach 960, die frühe Entwicklung des Läufers G8 nach H7. Ja, der Läufer von G8 oder G1 ist ja manchmal auch so ein bisschen ein Problemkind. Man muss sich allerdings darüber im Klaren sein, dass man in den nachfolgenden Zügen den Kampf ums Zentrum im Auge behalten muss. Es ging weiter mit D4, Läufer H7 und F3. Ja, und das sieht schon imposant aus. Dieses Zentrum D4, E4, F3. Die beiden Läufer von F1 und G1 stehen auch schon auf offenen Diagonalen. Wenn man sich diese Stellung aus schwarzer Sicht anschaut, ich drehe hier mal das Brett um, ja, dann kann einem schon ein bisschen mulmig werden. Wie ist hier nun die korrekte Aufstellung der weiteren Figuren hinzubringen? Ein typischer Fall für die Lösung der ersten Probleme im Schach 960. Zu diesem Thema gibt es auch eine ganze Playlist auf diesem Kanal. Hier hätte Schwarz D7, D5 spielen sollen. Es ist nicht so schwer zu erkennen, dass der Bauer auf D5 wieder verloren geht. Nach E schlägt D5, könnte Schwarz Springer A, B6 spielen. Und C4 geht natürlich nicht wegen Läufer B1. Mit anderen Worten, Schwarz würde auf D5 den Bauern zurückgewinnen. Und selbst wenn der Springer von D5 irgendwann vertrieben wird, hätte er auf F6 ein ganz natürliches nächstes Feld. Die bessere Fortsetzung statt E, D5 wäre wahrscheinlich Springer D3. Dann müsste Schwarz Springer A, B6 spielen und nach Springer B3 E6. Zeroshade meinetwegen von Weiß, Springer D6 und so weiter. Hier hat Schwarz natürlich gute Chancen, das Spiel auszugleichen. Kommen wir in die Partie zurück hier nach F3. Jetzt drehe ich das Brett wieder um. Kam es zu E6 von Carsten Schulz. Das ist ein bisschen zu passiv. Weiß kann Springer D3 spielen und nun D6. Ja, hier geht D5 schon nicht mehr so richtig gut. Es käme E schlägt D5, E schlägt D5 und nach Dame schlägt E8. König E8 bleibt der Schwarze König in der Mitte stecken. Das spielt man natürlich nicht so gern. Nach D6 ging es nun weiter mit Läufer E3 und nach Springer A, B6 und mit Läufer E2. Diese beiden Läuferzüge von Weiß sind allerdings auch etwas zu zaghaft. Die beiden Läufer auf F1 und G1 stehen ja durchaus schon gut. Im Moment leisten sie auf E2 und E3 auch nicht sehr viel mehr. Er hätte hier im fünften Zug C4 spielen können und sollen gerade, weil Schwarz noch keine Kontrolle über dieses Feld C4 hat. Beispielsweise Springer A, B6 und C5. D schlägt C5, D schlägt C5, Springer D7. Und der Bauer C5 ist überhaupt nicht bedroht. Weiß kann die C-Rochade spielen und steht ja an und für sich schon recht schön und auf jeden Fall etwas besser. Die Gegenüberstellung des Turms D1 mit dem König D8 ist für Schwarz natürlich alles andere als schmackhaft. In der Partie aber kam es zu Läufer E3 und nach Springer A, B6 zu Läufer E2 und nun D6, D5. Hier holt Schwarz nun den wichtigen Bauerngegenstoß im Zentrum nach und ist nahe daran die Partie auszugleichen. Es ging weiter mit E5, Springer E7, damit C3, Springer F5, Läufer F2 und Läufer E7. Das sind ganz natürliche Züge und nun Springer B3. Ja, aber ganz hat Schwarz tatsächlich nicht die Partie ausgeglichen. Er hat hier zwar die Leichtfiguren ins Spiel gebracht, aber es zeigt sich, dass der an und für sich wichtige Bauernvorstoß C7, C5 gar nicht leicht durchzusetzen ist. Beide weißen Springer, der Läufer F2, die Dame C3 und der Bauer D4, alle drücken auf C5. Es scheint hier tatsächlich unmöglich zu sein, für Schwarz zu C5 zu kommen. Deswegen hat Schwarz dieses Vorhaben gleich abgeblasen und hat hier Springer C4 gespielt. Allerdings hat er damit auch nicht viel Glück. Schauen wir uns mal die konsequente Fortsetzung an. Springer A4 und nach Dame D2, B6, um also doch C5 anzudeuten. Geroschade von Weiß und nun Turm C8 und auf einmal ist C5 doch in greifbare Nähe gekommen. Allerdings kann Weiß bei genauem Spiel dennoch etwas Vorteil davontragen. Spielt Weiß allerdings hier beispielsweise Springer Bc1, um den Springer A4 einfangen zu wollen mittels B3. So kann C5 kommen und nach B3 ist C4 sehr gut spielbar für Schwarz. Meinetwegen B schlägt A4, C schlägt D3, Läufer D3 und Dame A4. Oder Springer E1, C3, Dame F4 und Springer B2. Besser für Weiß nach Turm C8 wäre Dame E1 und nach Dame D7 G4. Das zwingt Schwarz zu Springer D4. Springer D4 und nun C5. Aber Schwarz bekommt ein gewisses Gegenspiel schon. Meinetwegen Springer B3 und C4. Oder B3, C schlägt D4, B schlägt A4, Dame A4. Auch das ist noch unklar. Weiß hat hier zwar eine Figur mehr, aber seine Stellung, seine Figuren haben überhaupt keine gute Koordination. Die beste Fortsetzung wäre hier Springer C5, BC5 und es entwickelt sich hier ein wildes taktisches Handgemenge. Aber genau so etwas ist ja oft die Idee im Französisch oder im Karokan. Durch einen überraschenden Konter soll irgendwann die weiße Expansion ausgebeutet werden. Allerdings hier könnte Weiß mit Dame A5 fortsetzen, Springer B6, Läufer B5, Dame B7, Läufer A6, Dame B8, Läufer C8, C schlägt D4, Läufer A6. Eine lange Variante, die hier natürlich mit Computerunterstützung zustande kommt. Läufer C2, Turm B1 und D4, D3. Und die Stellung ist immer noch unklar. Hier haben wir jetzt dieses typische Konterspiel, wie wir es im Karokan oder im Französisch oft sehen. Aber diese Variante liegt natürlich auch weit jenseits unseres menschlichen Rechenhorizontes. Aber wir sehen auch hier, dass im Prinzip der konsequente strategische Plan, auch wenn er noch so schwer durchsetzbar scheint, unser Ziel sein sollte. Kommen wir in die Partie zurück. Schwarz hat Springer C4 gespielt und nach Springer D, C5 ist der Springer C4 schon gleich bedroht gewesen. Weiß droht schon mit Bauerngewinn. Hier kam es zu Dame C6. B6 hilft auch nicht, deswegen Springer A6, Turm C8, Läufer C4, D schlägt C4 und Dame schlägt C4 mit Bauerngewinn. Und auch Springer B6, der kleinliche Rückzug, ist nicht gut. Hier könnte Weiß sogar mit Springer B7 weitermachen. Turm B7, Springer A5, Turm B8, Springer C6, Schach, König C8, Läufer A6, Schach, König D7 und Läufer B5. Mit entscheidendem Spiel. Das hier ist schon für Weiß eine Gewinnstellung. In der Partie kam es zu Dame C6 von Carsten Schulz. Nun kam Läufer C4 und nach Dame C4 erst noch der Zwischenzug Springer A5. Gleich kann Weiß noch nicht auf C4 nehmen, wegen der Antwort B6. Aber nach Springer A5, Dame D5 und Dame C4 hatte Weiß tatsächlich einen Bauern gewonnen und einen soliden Meerbauern. Dame schlägt C4 und Springer C4, C-Rochade und C-Rochade. Nun die Partie mündete hier in ein langes Endspiel, möchte ich sagen, in dem Weiß seinen Meerbauern lange, lange Zeit behalten konnte. Erst spät im weiteren Endspiel jenseits des 40. Zuges. Ich habe es im Video über die Zusammenfassung des ganzen Turniers ja beleuchtet. Hier zum Beispiel im 42. Zug hätte Weiß statt C4 Springer G2 spielen sollen, um den G-Bauern zu unterstützen mit Springer F4 oder Springer H4 und Turm G1. Er hätte auf diese Art und Weise seinen leichten Vorteil weiterhin bewahrt. Später im Endspiel kam dann Schwarz sogar zu einem erfolgreichen Gegenstoß. Auf einmal waren die schwarzen Figuren sehr, sehr aktiv und letztlich hat Carsten Schulz dieses Spiel ja sogar gewonnen. Ja, was kann man zu dieser Partie sagen? Man kann natürlich so etwas spielen wie H6 und Läufer H7 in den ersten beiden Zügen. Einem unerfahrenen Schach 960 Spieler würde ich aber klar davon abraten. Den Kampf ums Zentrum kann man definitiv energischer beginnen als wie mit diesen beiden Zügen. Man muss sich jedenfalls darauf einstellen, dass die ersten Probleme bald schon auftreten werden. Und diese ersten Probleme, das habe ich in vielen Videos schon zeigen können, müssen dann sofort angegangen werden. Abwarte Züge oder wenig konkrete Züge verschlechtern unsere Lage dann sofort und die Probleme werden nur größer. Ja, wenn man Schach 960 Partien wie diese analysiert, dann bekommt man auf einmal ein Verständnis dafür, warum die klassischen Eröffnungen im normalen Schach, also die Eröffnungen, in denen sofort mit Bauern das Zentrum besetzt werden, um einige Jahrhunderte früher entwickelt und erforscht wurden, als zum Beispiel die Reti-Eröffnung oder die moderne Verteidigung. Heute kennen wir die genauen Zugfolgen, mit denen man in den modernen Eröffnungen ums Zentrum kämpfen kann. Aber es hat eben Jahrhunderte gebraucht, bis man vom Schach so viel verstanden hat, dass man sich an diese neuen Systeme herangewagt hat. Ich denke, dass man das auch einem Schüler, wenn er Eröffnungen lernen möchte, in dieser Reihenfolge beibringen sollte. Erst die klassischen Eröffnungen, dann die modernen. Man bekommt auf diese Art sicher ein viel, viel besseres Verständnis von der Zentrumsbeherrschung und vom Schachspiel ganz allgemein. Wenn ihr mehr über Schach 960 erfahren wollt, dann besucht die Homepage der Deutsche Schach 960 Stiftung, auf der ihr auch die Ausschreibung zum Internationalen Schach 960 Festival, das vom 5. bis 7. Juni in Berlin stattfinden wird, sehen könnt. Und die nächste analysierte Schach 960 Partie auf diesem Kanal gibt es schon in einer Woche. Bis dahin, ciao!